hey ho liebe wolfsbooties und herzlich willkommen zurück zu the evil within ja eigentlich wollte ich kein part mehr weiter aufnehmen aber hey war nur ein kontrollpunkt und ich wollte eigentlich bei der madame speichern um auf nummer sicher zu gehen also dachte ich mir machen wir ein bisschen weiter und gucken was so passiert hier diesem komischen dingens wo sie uns mit fötussen schon bewerfen er gott noch mal warum tun sie das mit uns das sieht sehr gemütlich aus hinten hier mutize aus der höhle ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine falle so hat mir so oft gesagt ich soll damit aufhören aber es war doch nur ein kleines stückchen bis zur weit ich wusste es würde schwierig werden aber ich war so dicht dran ich würde einen ganz leichten luftzug unter der tür sie musste nach draußen führen die karte die ich gefunden hatte könnte den schlitz passen wahrscheinlich ist das der schlüssel aber wie rum gehört er die chancen stehen 50 50 und ich laufe die schon seit ewigkeiten auf und ab und kann mich nicht entscheiden so viel wenn ich nach draußen schaffe schließe ich dich in die arme ich will dir sagen dass du recht hattest und ich werde ich nie wieder loslassen und meine damit untersuchen ok und ich habe auch verbrennen dich einfach nur weil ich es kann ob wir haben zwar nicht mehr so viel streichholt sei egal ich kann nicht verbrennen so die chance stand 50 50 blutige reliefplatte diese seltsame platte hat auf beiden seiten ein eingegebtes gesicht auf einer seite ist blut zu sehen ok haben wir jetzt auch eine 50 50 variante oder nicht blut zu nutzen so rum oder so rum ja hier ist blut und das heißt dass das doch falsch rum ist weil wenn der blut dran ist heißt es dass jemand dran gestorben ist also nehmen wir mal die andere seite ach jetzt sehen wir hier wahrscheinlich direkt einen kontrollpunkt wegen dem rätsel falls man das falsch war dass man alter jetzt die behäufen aber schon ein bisschen mit kontrollpunkten nicht durch können wir nur ein bisschen durchlunzen bringt uns nichts und oh gott mir ist immer noch so warm eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr aufnehmen aber naja wo wo auf ein bisschen sprinten hier schon sehr seltsam aus würde ich sagen man muss sich so auf zugritten für den kartenfragmente im mund ist bei so viel lieber sehen haben wahrscheinlich Was? Nö. Vielleicht bleibe ich mal wieder ein, weil noch passiert nix. Es sind momentan keine Wellen mehr zu sehen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Aber sind wir jetzt wieder zurück in der Klinik? Das sieht nach der Klinik aus. Okay. Ah, den Raum kennen wir doch. Doch, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn sie mich im Dunkeln lassen. Und sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir. Forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem... ...labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath? Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber... Ich denke, er will unseren Tod. Doktor? Naja, wenn er wirklich unseren Tod haben möchte, dann hätte er das auch schon längst tun können, oder? Okay, das ist auf jeden Fall ein Tergebietchen. Tagu von Sebastian. Sebastian Castellanos, 16. Juni 2006. Heute ist Lilies erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Mirra, Gott beschütze sie, hat drei harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzune ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Für Pause meine ich rücke zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir die Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendwas vor, das gestoppt werden muss. Und Mirra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Jetzt werden wir direkt irgendwie in den Spiegel teleportiert. Oh nein, natürlich nicht. Warum auch da? Gut, dann wollen wir nur einen Weg nicht mehr laufen können und das sieht irgendwie bedächtig aus. Ich habe ja vieles erwartet, aber das jetzt nicht. Jetzt ist er auch noch in unserer Zuflucht gelangt. Na, klasse. Gut, die ich das gewusst hätte ich nicht mehr so lange gemacht, aber egal. Wir machen mal den Part hier noch fertig. So, und dann würde ich sagen, nächstes Kapitel. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Was war das für ein komisches Wesen, was es bei sich verfolgt hat. Erst die komischen Spintussi, dann der Pyramiden-Safe-Head-Fuzzi und jetzt irgendein anderes komisches Glabelfie. Ich bin gespannt, was ich hier. Was mit fremden Erinnerungen? Wir sind jetzt doch wieder hier, also irgendwie Ach Irgendwie ist mir das ja ein bisschen suspekt Was? Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht Dann gibt es hier andere Die war noch die ganze Zeit und ich da Okay Ach Das Speichert haben wir gerade eben Okay 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 So seltsam Wir sind safe Auge Okay Irgendwas Was war das gerade? Feuer auf Anwesen Brand erfasst Kinder Mädchen schwer verletzt Wo waren die Eltern? Kinder, die in der Scheune auf den Victoriano Anwesen gespielt haben Fielen in Flammen zum Opfer Tochter Siebzen fällt in Wachkoma Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang ungekannt Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen Ich habe gerade so einiges gesehen Warum ist das jetzt ja alles so modern? Also So kalt Müssen wir doch mal speichern Seltsam, seltsam Wir haben wirklich einen Schlüssel, den wir einsetzen können Falls wir das hier überhaupt dürfen In dieser Welt Und nicht irgendwie Ruvik plötzlich doch uns Sieht auch ganz komisch aus Ich glaube ich schon fast aber, dass hier Ruvik steht Und hier haben wir Schrotmunition Nice Das brauchen wir nicht Aber wir haben doch hier noch unsere 4 Bolzen Das war gar keine 10 Upsi Egal Können wir trotzdem ein paar mitnehmen So Was ist denn hier aus? Das haben wir doch hier bestimmt Hier kein Fragment Okay Wo sind wir jetzt gelandet? Rück nix mehr Okay Wir laufen auf jeden Fall mal kurz zurück Um hier mal alles abzuchecken Wie zum Beispiel Fässer hier Zack Glibber und Oh, Werkzeug Nice Werkzeug ist verdoppelig, weil unsere Pfeile so stark sind Find ich jetzt Find ich jetzt persönlich Find ich jetzt persönlich Ich sehe noch irgendwas Oh Mir geliebber So ich ja persönlich mehr auf Statuen stehe Aber Ich sehe keine Ups Entschuldigung Zack Auch noch ein bisschen Ein Kartenfragment Es ist 15 Also die Letzten 3 oder 4 Haben wir glaube ich ganz souverän gefunden Aber das war es auch schon Und warum sagte Leslie schon wieder Nein, nein, nicht da lang Was erwartet uns hier? Ich will es nicht so dringend wissen Ist in Ordnung Hey, sie haben jetzt keinen Wolf Hast du? Ich war hier zwar noch nie, aber Ja, aber was? Wie sind die hergekommen? Bist du denn der Doktor? Okay Bald ich weiß Stand hier nicht Eine Statue? Wohl nicht Schade, schade Okay Ich muss hier noch ein bisschen umgucken Bevor man ins Haus geht Bald ich weiß Eventuell auch Gefahrlos, aber So sicher bin ich mir Gerade nicht mehr Den gucken wir uns hier ein bisschen Vorsichtig hier oben Oh, wir können hier wirklich laufen Okay Ich dachte, das wird dann irgendwie auffallen Oh Oh 100.000 Aber Kleinvieh macht auch Mist Das ist immer noch mehr Wie 300 Moment Was ist das? Ein Fässchen Mehrere Fässchen Oder mehr wie 200 Sehr schön Doch bald alles durch Ach ja Ah stimmt Hier auf der Bank lag noch Munitione Eine Wollten wir noch aufnehmen Gucken wir hier nochmal kurz Jede Bank nach Oh Und hier ist noch Eine Holzkiste Die uns 200 Lieber bringt Oh, wir können nicht mehr sprinten Gucken wir nochmal kurz hier links Ob noch irgendwas da war Nö Ah doch Fässer Mit nichts drin Nice Okay Sorry, dass ich hier so gründlich alles durchsuche Aber ich hoffe halt, dass ich halt Oh Nice Auch irgendwas finde Was vielleicht uns weiterhilft Die Munition und sowas Oh Dann folge wir dem mal Halt verdammt Okay Spitzchen Ich muss eigentlich mal 5 nach 10 Und nun Och Jetzt weiß ich was Und nun war Ausame Absichten Aber was Ja, erstmal unser Tagebüchchen Oder aus der Post Ausschnitt aus der Crimson Post Kind und Babysitterin sterben tragisch beim Hausbrand im Crimson City 11 Februar 2012 Trotz des schnellen Eintreffs und der Bemühungen der Feuerwehr fordern gestern Forderte gestern Nachmittag ein schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchen und seiner Babysitterin in Ridge Crimson City Die 5-jährige Lili Castellanos und ihre Babysitterin Juanita Flores 56 gelang es nicht dem Rauchen in der Flammen zu entkommen Die sich in den Einfamilienhaus rasend schnell ausbreitet Lili's Eltern, beide Detektive beim KSC PD Waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus der Flammen zu retten Oh, das ist also damals passiert Wo er sich deswegen so betrunken hat jedes Mal Interessant Ich hab's gewusst Hä? Können wir hier wieder gucken? Hä? Schade Wann das? Nüb? Nüb? Sollen Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Machen wir gleich Wie sieht's denn aus? Leichen, äh, leichennahen Landhaus gefunden Leichen in der Nähe von Landhaus gefunden In die Visierungen kann Wochen dauern Außerhalb des Victorianus anwesend werden Wurden viele Leichen gefunden Eine Totenschein mehr Stimper-Foperation durchgeführt wurden Okay Ruben Missing Wir werden vermisst Ruben Ruben vermisst Ruben Victoriano Geliebter Sohn des Wohlhabenden Familien Victoriano Ist ja den Brand auf dem Familienanwesen verschwunden Okay Das ist da oben Ruben Ruben Entschuldigung Gucken wir mal noch was wir den grünen Gel machen können 11.000 Euro Kann man schon ein bisschen was anfangen mit Zum Beispiel Und sage Magazinkapazität erhöhen 12 Hm Achso, sorry Ich wollte auf Reserve Was haben wir da Kaliber Können wir auch erhöhen Auf 50 Ich glaube es lohnt sich Dass wir da auf jeden Fall Viele mitnehmen können Falls welche finden Aber wir finden noch ein paar Und noch Qualenbolzen irgendwie Äh Ich muss bei den Reserven 5.000 Das geht Also noch Granaten Haben wir noch nicht einmal benutzt Ich glaube die brauchen wir noch nicht ganz dringend Wollen wir noch irgendwelche Waffen upgraden Oder nein Shotgun Feuerwarte aber gut Die macht nicht viel aus Nachladegeschwindigkeit Oder kritisch Treffer Hm Bei der aus Spanngeschwindigkeit haben wir voll Gleichweite und Nachlade Ich glaube wir machen da Als nächstes die beiden mal Weiter hoch Danach die Pistole noch fertig Ja ich glaube das ist ein guter Plan Die kosten ja alle nicht so viel So Kopfschmerzen hat ja nicht so sehr Mich für zwei übelst anpissen Eine ganze Zeit was ins Gehirn gerammt zu kriegen Aber ja Ähm Speichern wir mal Und falls das der letzte Part Ähm Der Vormein oder Urlaub ist Weil ähm ja Ich weiß gar nicht wann der Part jetzt kommt Oder wie viele Parts ich jetzt heute aufgenommen habe Auf jeden Fall Fliege ich am 22. in den Urlaub Und Ich weiß ob ich davor noch großartig komme Viel aufzunehmen Heute haben wir noch den 16. Und ich muss morgen noch arbeiten Oder Gerade heute Abend Weil wir haben 3 Uhr nachts Ja Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Ich hoffe der kommt relativ zeitnah Und wenn nicht Ja Werdet ihr es hoffentlich überleben Also Bis dahin Tschüldü Bis zum nächsten Mal.